Wenn Sie so mächtig sind, wie Sie sagen, warum haben Sie mich da noch nicht zerstört? Alles zu seiner Zeit, Sie unbedeutendes Stück Fleisch. Alles zu seiner Zeit. Ich bin aber kein Stück Fleisch, sondern Max. Ihr Name ist vollkommen egal. Für mich sind Sie nichts als ein Stück Fleisch.